herzlich willkommen zu meinem unserem let's play seven days to die the survival of the crafting game von den fun palms während der abmoderation kam natürlich in dieser richtung das flugzeug und hat dort seine kisteln gepackt irgendwo hier drüben in weiter entfernung wieso sehe ich das nicht ich hatte nämlich jetzt auch eine planänderung vor ich mache mir jetzt doch noch ein weg und einen wegpunkt militärie klang dann schnappen wir uns und holen erst mal die kiste da drüben warum zur stadt und gucken ob man da die kiste kriegen dreimal herum und vor nicht durch sprengzeugs ja das ist erst mal egal aber ach da nicht dass man es noch vergessen ja ich freue mich mit absicht ein bisschen langsamer ich kenne das gelände nicht hier ist die hier ist die kiste ja in winter ist natürlich nicht frei schaufel rein das ein das aus das aus braucht man nicht nimm mal alles rein genau was haben wir denn shotgun slack und coole schematik macht mehr damit biker haben alles smg stock das ist auch nice ich weiß jetzt nicht ob mir wenn ich jetzt direkt nach norden fahre ob mir die kiste angezeigt wird halt hier ist ja noch was ja kann sie behalten wenn man aber das werden wir auch gleich sehen wir fahren einfach nach norden wow und hoffentlich nicht durch so eine alle durch und du hast mich nicht gesehen nicht gebrochen ich habe keine ahnung was ich hier mache man sieht es ist wahrscheinlich auch ich nehme mich auch mal nicht mit da knistert es im gebälk da knistert es auch hier ruggelt es prüfblick auf meinem rechner nein dort funktioniert noch hier ist ein see komm steigt mal ab auch hier im vogel näscht wie bestellt noch weiter nach norden und wir sind auf der straße ich dachte spätestens hier zeigt das mir dann wieder mal ein aber nö noch nicht komm ich hier durch komm wir noch ein bisschen um 40 prozent spät nur noch aber das können wir ja ändern das ist ja da sind wir ja mal nicht so nicht da schrauben wir hier noch ein bisschen am auto rum und skreppen gleich mal das und skreppen gleich mal das die wollte ich doch aufheben vordentags das licht auch aber erst können wir mal hier wieder auffüllen was das war schon alles Mist ja da packen wir das hier rüber und das und das und das und das und den bieger auch schade es war hier irgendwo in der gegend das war relativ weit weg na komm pack mal ein wir fahren einfach mal hier die straße hoch hier waren wir war das nicht das mit dem elch dem brennenden elch ja das ist schon mal schön aber ein bärchen brauche ich nicht unbedingt mir ist doch garantiert auch gleich wieder warm da ist sie hat es mir doch noch einen gezeigt kann man doch kurz trotzdem das geht was zeigt er mir denn hier überhaupt ein auch ne er könnte so was mit mir nicht machen leute das muss ich doch auch luten ja ja es ist schon 13 Uhr ich komme hier nie wieder weg nö ja ich höre dich schon aber der ist grad extrem schlecht zu treffen hier was mal schnell hier unsere na komm geh runter achso gut die ist möglich die ist notzufall wieder um zu fallen ach man ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen mist wie viele denn noch ja das kannst du auch leise sterben ach komm hier was war denn das das war auf jeden fall mal rücklau das war auf jeden fall mal rücklau das war auf jeden fall mal rücklau noch mal rücklau kaputt und ne ich will erstmal ok das würden wir auf der map sehen wenn ich dann irgendwo nochmal hier herkommen möchte ok denn jetzt möchte ich oh alter das ruckelt ich muss hier wieder weg aber erstmal nehme ich die Kiste mit dann haben wir die nämlich auch halt 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 Scrap Scrap nee nicht draufsetzen du sollst doch erstmal genau und dann zeigst du mir mal dein Inventar packst das dort rein das scrapster das packst du dort rein damit ich hier wenigstens alles rauskrieg MacDiver MacGyvers Buch ist das AK47 Stock geilo alles her damit das lernen wir dann gleich mal das packen wir hier rein da rein da rein hab ich die schon rübergepackt nein hab ich nicht dann lernen wir mal im MacDiver da können wir dann Scrap Metal Zeugs herstellen wenn ich es dann überhaupt noch anziehen mal oh doch schon ja und Füße und es sollte ja eigentlich auch kühlen ne ja komm trink mal was und jetzt Karte wie komm ich am sichersten dort hoch ne das nehme ich jetzt nicht mit ich äh Quatsch ich muss zurück ich muss auch noch ein bisschen was bauen ab auf die Straße und durchs Dorf ne querfett ein oder da dort ach da haben wir ja nicht manchmal das militärgelager geschafft ja aber wenigstens haben wir die Kisten hier geholt da haben wir auch gut aesthetics drin hier war genau ja steinchen lässt sich mal da ich muss auch zwingend mitteilbaren da wieder eins aber das ist mir jetzt egal wir haben 55 prozent sprit noch drin was habe ich denn hier vergurrt was braucht denn die kiste naja ganz ruhig wieder das ist mir nicht siehst du was ich sehe auch quatsch das wieder ein tatsch noch mehr sprit kipp mal ein paar batterien und so was raus was na was mal oeg nehme ich auch scrub das nicht was wieso ist denn der ein tatsch was ja genau ne batterie das da kann man ein flutlichter basteln da vorne ist auch noch eins hier sind zwei es wird sind um 29 kommen die an die mann ein tatsch das war ein klotz guck was es alles gibt aber ich brauche auch langsam das rezept für n range ach ich habe es immer noch nicht schade 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 ich habe es noch gar nicht aufgefühlt quatsch auch wieder ein touchet noch manchmal kaputt da hinten läuft was führung ach jetzt bist du voll oder was habe ich es doch noch geschafft scrub ja hundertprozent aber das macht spaß mit dem ding es geht wesentlich schneller ja ruckzuck da war ein fleck auf dem fußbund hier kommt der wald kann das ding damit auch schaden nehmen ich gehe mal vom gas ja jetzt war es aus weil ich vom gas war ist nicht bagie hier nur stoßweise gas denn ich muss hier irgendwie reinkommen ich will doch nur ganz langsam ganz gefühlvoll ist hier so komm noch mal raus und gefühl ist hier nicht das bin ich ich empty mini bike gib mal genau gib mal gib mal gib mal muss man jetzt alles noch wegpacken nochmal vorsichtshalber hier zu und dann benutzen wir mal gleich luke ach hier ist ja auch schon alles fertig das muss ja auch noch mal eingesammelt werden das muss eingesammelt weggepackt mach gleich mal was hab ich denn jetzt alles special zeugs packe ich mal hier hin spring sollten wir jetzt haben gestern licht motor das zeug brauche ich alles nicht hier halten wir nicht noch wir halten noch kannst du hier mit reinpacken kannst du schön das kommt dahin hier kannst du genau habe ich schon ein paar schau wir kannst auch mit reinpacken dann scribe nein schön scribe mal verdammt hin und zu gnädt du läufst noch du läufst noch du hast noch für 20 minuten zack und zack und das erstmal da kannst du mir nämlich ach so das hast du mir gegeben dann bauen 20 machen wir mal 30 und guck die wand an hab ich hier noch hab ich nicht ba 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 erstmal leer machen so fressen dann kommt der pilzer mit rein das kommt da hoch das war es mit essen halt erste hilfe dahin leder das leder das raus du bist auch für baugeschichte du bist baugeschichte du bist holz du bist waffenteile und waffen dahin und dahin und dahin und ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen zeug ich muss nur langsam was bauen aber hier ist ja nüch eins zwei drei ja sollte doch eigentlich äh shotgun parts shotgun 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 long shotgun stock das sollte doch das sollte doch close funktionieren eine waffe mehr eine waffe mehr hier ist alles hier ist alles nimmst du raus nein guck nicht und baust kerzen wieder was zum craften mal auf oh gott auf den brauchen wir jetzt glaube ich eine runde mal nicht anbauen jebe mei herr hier freundchen holz muss man auch noch holen klöpfen wir hier alles raus aus dem fußboden uiuiui ach das sind immer drei hier ja dann kann man ja hier gleich mal da läuft immer so langsam beim sammeln na greif zu musst du mal die hände bewegen mein freund freundchen lauf 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 shotgun ist auch fertig obwohl wir das schon gar nicht mehr brauchen das einzigste wäre mal ein bisschen stoff bauen naja dann für die repair kits naja komm hier nimm das auch alles mal mit bevor hier die wilde horde kommt und nichts mehr da ist schnell alles ja mal schnell alles abernten hahaha mittlerweile könnte ich hier schon die hüfte wieder weglassen ne aber nein 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 ich möchte hier noch mehr mais anbauen mais rezept konzert und go das zu exp bringen wir rein naja könnten können wir auch gleich mitnehmen ach und aus dem augenwinkel sehe ich wir sind doch schon wieder über die Zeit mann ohm ausgeladen ist auch noch nicht ach ach dann packen wir das mal wieder ins essen um ach nee die Samen habe ich ja hier drin liegen ne ich auch mal ein bisschen aufholen hier oder cotton lauer kaffee nee die zieht es bei die die beeren packe ich hier mit rein die kartoffeln das ist eigentlich fertiges fressen das auch packen wir mal mit hier oben rein denn mit ein bisschen mais das ist schon ein bisschen übertrieben viel so dann ich bedanke mich für eure geduld wenn es euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten folge wieder zu meinem unserem let's play 7 days to die the survival of the crafting game bis dahin auf wiedersehen und schizikowski